Die Sprecher gehören von Gericht, aber die NASA ist ein Bündnis von Terroristen, die nur die Sprache der Gewalt und der Macht verstehen. Wir sind dabei, diese Lügen aufzudecken. Es kann nicht sein, dass Krieg begann wird und die Menschen schweigen. Wer schweigt, macht sich an diesem Verbrechen mit schuldig. Schattenkrieg, jetzt doch mal. Nach dem Schattenkrieg, jetzt doch mal. Schattenkrieg, jetzt doch mal.